Was ist das? Verschluss, verschluss Wenn du Eindruck hinterlassen möchtest, stell Sprengstoff her! Zum Glück haben wir... Äh, Stelle Munds auf, guck das her, Sprengstoffe mit im Waffenrad. Mhm. Ja, wir haben den Herzensstellen, cool. Ich werd's gleich versuchen. Äh, hallo? Achso, Mann! Nein! Kann ich mit der tauschen? Toll, das ist natürlich... Das ist doch scheiße. Sorry, aber... Da schmeißt du die Gute weg. Das ist gut sein. Ähm... Dann bleiben wir wieder bei der Waffe. Was hab ich jetzt genommen? Gibt es hier noch irgendwas? Anscheinend nicht... Okay. Er sagte... Verdammt, wie war das jetzt? Äh... Fester bitte herstellen. Nicht genug Komponenten. Sprengkapsel... Kriegen wir hier auch noch Sprengkapsel jetzt? Das wär ganz... toll. Hä? Wahrscheinlich nicht. Bändeffekt. So, dann werden wir ganz kurz... Da hin. Oh, Schnellreise verfügbar. Da, 130 Meter. Okay... Okay... Denn da eine... Ist es bloß einer, ist es gut. Jetzt mehrere, ist es scheiße. Der hat natürlich einen Baumstamm. Ähm... Wo ist er hin? Da... Hey! So war das nicht vorher gesehen. What?! Äh... Äh... Das ist doch... Doof! Das ist doch... Das ist doch... So sieht das Ladebild schon aus. Hab ich die anderen jetzt schon... Jawel. Warte kurz. Ich will nochmal da ran. Ja... Warte, oben geht's auch nicht. Die verschaffen dir eine Vorstellung, was als nächstes zu tun ist. Okay... Danke. Ich würde ganz gerne aber erstmal... Wer schießt da? Ja... Greif an! Okay... Du hast eingegriffen. Was? Auf geht! Gute Nacht. Wo ist das? Wenn man es drei oder vier war... Krieg ich... Nein. Uah! Scheiße! Hör zu! Ich habe gerade gesehen, wie die Sekte unten an den Docks einen Typen einkassiert hat. Wenn du ihm hilfst, wird er dir vielleicht sch... Ganz kurz... Achso... Ja, aber wo ist das? Da... Wir laden uns bei allen... Da... Wir laden uns bei allen... Nein! Was war das? Wer schießt denn? Was war das? Wer schießt denn? Oh... Ich brechen die Peggys nicht... Nicht nicht... Nicht mehr, meinst du? Hol mich hier raus! Ja... Mach ich! Hilf mir! Ich will campen! Vielen Dank, Deputy! So... Kann ich bitte reden? Ja... Ich habe eine Rechnung mit der Sekte offen... Gut... Ich versuche das Beste... Ich versuche das Beste... Ähm... Ort zu bewegen... Drück gehen... Um den Hälften abrufen zu befehlen... Ja... Okay... Ich überrasche sie... Ich hoffe, dass es nach dem Kollaps noch etwas zu jagen geht... Unterwegs! Legt mich! Okay... Das ist ganz gut... Guck mal hier! Au! Was war das denn? Was ist denn da gerade explodiert? Ich bin... Ich bin... Die Forschungsstation ist geräumt! Sehr gut! Ihr habt ihnen den Arsch versohlt! Und die Päckis kommen sicher nicht zu schnell zurück! Und wenn du schon mal da bist... Sieh dich um! Habe es noch überlebende gibt! Habe ich es gerade! Dann gehen wir nochmal wieder aus dem Weg! Blinden uns alles voll... Okay... Die Sekte treibt dich schon seit Wochen auf der Insel herum! Sieht so aus, als wollten sie eine Operationsbasis in dieser alten Ranger Station einrichten! Werden wir doch gleich gucken! Jetzt parkieren wir uns! Habe ich! Äh... Sekten schreien... Achso, okay... Ja! Ah, hier geht's raus! Bei VK4 war das auch so, dass wir eigentlich immer mal was kaufen konnten! Ich weiß gar nicht, ob es das jetzt hier wieder gibt? Wie zum Beispiel größere Taschen oder sowas... Ich will mal schauen... Dann jetzt... Le... Ich kann nichts herstellen! Ah... Oh, guck mal... Das hätte ich doch beinahe über... Sinn... Hä? Ist das Wasser? Oder was ist das? Was ist das... Ich will das schon wieder... Ich kann das jetzt nicht mal lachen... Was ist das hier so... Oh mein Gott! Das Spiel sieht einfach so geil aus! Bei jeder einzelne Nadel, wie man sieht! Ich muss ja jetzt nicht rüber springen, oder? Die brauchen wir sogar... Oh! Was? Boah! Da ist ne Kiste... Da war man glaube ich... War drin... Nein... Da kommt man nicht rein... Aber jetzt mal die Kiste... Ähm... Plündern... Jeder hier hat schon mal... Irgendwann was besessen... Aber wer was kann... Der ist nem Vorteil... Es gibt immer einen... Der dich für irgendwas brauchen... Ja... So seh ich das auch... Da... 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 Muss eben vorsichtig sein... Ich weiß gar nicht was ich jetzt... Gesperrt... Ok... Ok... Was? Wer hat mich da jetzt bitte gesehen? Wer hat mich da jetzt bitte gesehen? Ähm... Hier am besten... Werden wir verstecken... Ich mach's dir richtig... Bert... Ist ja easy... Hm... Soll ich das denn so machen? Wir haben einen Fuchs im Hühnerstall... Wow... Was ist denn das? Was schmeißen die denn nur? Ranger Station befreit... Ich kann dir gar nicht genug danken... Scheiße... Heinz Juschbund... Ich bin echt... Beeindruckt... Ja, danke... Wenn dir steckt... Echt mehr als ich erwartet hatte... Du könntest die Sache mit dem Widerstand tatsächlich durchziehen... Als nächstes solltest du dich ums Funksignal kümmern... Mein Funkgerät spendt... Ich kann keinen jenseits der Insel erreichen... Der Funkturm am Südstrand muss was abbekommen haben... Könntest du dich darum kümmern? Ja klar... Ich werd mich gleich darum kümmern... Äh... Ranger Station... Was ist da hinten? Hi... Äh... Alles... Hat die Ausnahme... Hier hinten war jetzt... Da... Die Sits haben keinen Anspruch auf das Grundstück... Die Station steht schließlich auf Staatsbesitz... Aber wenn ihre Leute da in der Gegend rumlaufen und... Wie hast du das genannt? Messungen vornehmen... Dann könnte man diese Leute bestimmt wegen Hausfriedensbruchs belangen... Ich weiß, sie sind irgendwie komisch und reden nicht viel... Aber die verschwinden schon, wenn du deutliche Worte findest... Ich meine, wie gefährlich können diese Verrückten schon sein? Das geht nicht aus... Scheibenkleisterung... Alles gut... Und wenn du mal ganz schnell... Zum... Was hat er gesagt? Funkturm? Ja... Ich denk mal... Funkturm war das jetzt warm... Nein... Steht ja auch links oben... Begib dich zum Funkturm... Mach doch... So lange wie ich jetzt nicht da hoch... Muss... Funkturm ist da... Hier ist die Tür... Ich sollte da jetzt hoch... Blinder und Feuer... Du Häuser... Da ist noch was drinnen... Diese Waffe habe ich in den toten Peggy abgenommen... Ja... Schön... Hier komm ich da rein... Oh... Die Seite hochgehen... Ja... Das sieht schon geil aus... Oder Leute... Einfach... Mega... Uah... Nicht zu weit weg... Ja... Das ist ja echt... Cool... An welcher Entfernung ich... Ich dich reden höre... So... Dahin... Seilrutsche... Hey Deputy... Ich kriege jetzt ein starkes Signal rein... Sieh mal auf deiner Karte... Ich erklär dir was ich so höre... Yo... Schauen wir uns mal das große Ganze an... Zoom aus deiner Karte raus... Damit wir das gesamte County sehen... Haupt County... Ist in drei Regionen unterteilt... Im Norden... Sind die White-Hail-Mountains... Dort hat Jacob Seed das Sagen... Der älteste Bruder dieser scheiß Zeppe... Jacob ist der der die Sekte ausbildet... Und er ist verdammt gut in dem was er tut... Eli und die White-Hail-Miliz haben alles gegen ihn versucht... Aber er wird ihnen schon bald den Gnadenstoß versetzen... Südöstlich von dort ist der Hanbane River... Das ist das Revier von Faith... Der kleinen Schwester... Ich habe viel darüber gehört... Dass die Menschen dort im Bliss den Verstand verlieren... Im Westen... Findest du das Holland Valley... John Seed ist da gerade erst aufgekreuzt... Und nimmt sich im Namen der Sekte einfach alles... Nahrung... Vorräte... Und sogar Menschen... Ich kriege jetzt noch viel mehr Signale... Aus dem gesamten County rein... Ich werde dich über alles Nützliche informieren... Okay... Die hat ich gerne weggekommen... Dann nehmen wir den jetzt weg... Aber schon mega groß die Karte, oder? Sägewerk... Hier ist Jess... Jess Black... Bin beim Sägewerk... Die Tage des Kochs sind eindeutig gezählt... Hier... Das ist... Das... Das ist Wade... Aus dem Fangzentrum... Die Peggys haben alle Tiere mitgenommen... Aber ich glaube Cheeseburger läuft noch frei rum... Lol... Hier Adelaide beim Yachthafen... Schätzchen... Die Peggys überrennen uns... Keine Ahnung... Wie lange wir uns diese Ruhensöhne vom Hals halten können... Hallo? Hier spricht Miss Mabel... Hallo? Der Kult hat die kleine Peaches geärgert... Und jetzt beißt sie den Wichsern ihre Schwänze ab... Wenn sie einer sieht, sagt mir Bescheid... Ja, machen wir... Der Nebel sollte sich bald lichten... Ich kann nicht lachen... Dann können wir dich von der Insel runterschaffen... Hab Geduld, es dauert nicht mehr lange... Ach Scheiße... Der Beauty... Ich krieg da grad was Neues aus dem Holland Valley rein... Eine Übertragung von John... Das musst du sehen... Wir sind alle Sünder... Jeder von uns... Du... Ich... Sogar der Vater kennt die Sünde... Nur allzu gut... Sie ist ein Gift, das uns... Den Verstand vernebelt... Was, wenn ich euch sage, ihr könntet frei von Sünde sein? Was, wenn ich euch sage, dass alles, wovon ihr träumt... Wahr werden könnte, wenn ich euch sage, dass ihr jedes... Leid überwinden könnt, wenn ihr nur eine Idee... Akzeptiert... Dass die Freiheit von der Sünde... Erreicht wird durch die Macht von nur... Einem Wort... Ja! Ich bin ein Sünder... Ja! Ich möchte befreit werden... Ja! Ich muss bald... Erlöst werden... Wenn ihr heute zuseht... Dann seid ihr auserwählt worden... Ihr werdet geläutert... Ihr werdet bekennen... Eure Sünden... Und es wird euch... Busch auf... Keine Sorge... Ihr müsst überhaupt nichts dafür tun... Wir kommen zu euch... Willkommen... Bei Idens Gate... Ich komme zu euch... John Seed hat deine Partnerin Hatzen erwischt... Die steckt mächtig in der Scheiße, Jungspund... Du musst sie da rausholen... Ja, ich hatte ja gar nichts... Ähm... Du musst sie mal filmen... Jungspund... Ich hab dir für den Anfang... Drei Orte auf der Karte markiert... Das Sägewerk im Norden... Das Hope County Gefängnis im Osten... Und die Stadt False End im Westen... Deine Entscheidung... Aber wenn ich du wäre... Würde ich mit False End anfangen... Das ist False End... Ich... Schöne... Ja, das... Okay... Okay... Zeigst du mir das jetzt? Äh... Lol... Warte mal, ich hab doch... Der Sonnenschein wärmt mich ebenso wie Josephs Liebe... Es kommt eine Zeit, in der wir dir sehen... Die Skin in your head... Babe... Hä? Ich hab... Lol... Beilen wir uns von diesem Sünder... Sonst komm ich zu spät zu meinen Gebeten... Wüsste gern womit ich's zu tun hab... Okay... Beruhig dich jetzt mal... Gute Nacht... Okay... Mal schauen... Wo ist eigentlich... Der Körper hin? Weg... Okay... Ist halt weg... So... Ich hoffe da oben ist keiner mehr... Achso... Bin mal im Fall... Nein... So... Geht das auch weg... Geht sich noch irgendwas zu holen... Nein... Die Plünderung ist eh voll... Oh... Erste Hilfeset... Okay... Das... Nehm ich gar nicht... Ähm... Geht mir nicht... Du siehst mich nicht... Okay... So... Dann ist diese jetzt... Eigentlich komplett befreit... Das find ich ganz gut... Ich hab jetzt grad keine Ahnung... Was wir jetzt eigentlich machen müssen... Also jetzt gerade... Ähm... Okay... Okay... Also müssen wir dann als nächstes jetzt hier runter... Was ist das? Achso... Logbuch? Was ist was? Ah... Kosten 1... Ich hab aber 0... Luftgeschosse... Nein... Wollen wir alles nicht... So... Alles weg... Ja...